doch willkommen zurück zu outlast part nummer 8 ja ich habe nachgeguckt wo der schlüssel ist tut mir leid hast mich dafür aber ich meine es ist besser als die 20 minuten noch mal rum zu suchen oder schlüssel ist und zwar müssen wir glaube ich hier lang genau das typ nachladen erst mal die und so dann das war ja hier war das was mich durch ja einsens Okay, dann geht's hoch. Im... Oh, oh. Ich bin gesucht da. Nein, das ist doch klar. Ach, Hilfe. Ach, geschafft. Hey, die Batch. So, jetzt müsste ich's auch. Oh, sehr schön. So. So. Klar. Follow the blood. Schon wieder. Okay. 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 Nein, bitte. Sag nicht, dieser Scheren-Typ kommt. Oh, fuck. Da war doch grad jemand. Hallo. Okay. Hey. Ich bin wieder oben. Ah. Sehr schön. Dokumente. Hallo. Ja. Dokumente. Hallo. Da war doch. Das ist sowieso zu. Okay. Leih Ah, hier Leih Zu Oh Oh Fuck Gott, da war es Kommt, die kommen, die kommen. Da ist auch einer. Nein, nein. Weißer. Da bin ich ja gekommen. Da. Nein, 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 nein. Da bin ich ja schnell, schnell, bevor er was zurückkommt. Aha, und süß. Ja, nur verstecken. Oh, ich dachte, ich bin tot, ey. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. So. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Null, ey. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Wahrscheinlich mitgenommen, aber wo ist der Typ dann hin? Und ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. ich glaube ich bin auf dem richtigen weg aber man sagt schüllen glaube ich es nicht wissen oh hier ist hier null hier ist hier null scheiße wer duscht hier hier ist aber auch nichts wie gut das blitzt mann Komm, blitz, blitz mal bitte. Ah. Ah. Ist irgendwas. Ach, Flaschen. Hallo. Hä, was? Hallo? Schließen. 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 Wenn ihr wenigstens Blutstüffuren wären, so nach dem Motto, da heißt die Kamera. Ich sehe gar nichts, Alter. Kamera. Kamera. Auf der anderen Seite, oder was? Ich war auch schon. Ich bin auch nicht durch. Ey, was ist das für eine Logik? Ist der Arm nur einen Meter lang, oder was? Oh Gott. Toll. Ah. Endlich. Nachladen, bitte. Nice. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein. Oh. Das ist für mich. Ich habe wie einぇn。 Linse, also Glas. Die Kamera ist kaputt. Oh, ach da war. Sehr schön. Na. Verwaltungsblock. Wohin denn noch alles? Erst im zweiten Stock, dann im Verwaltungsblock, vorher draußen. Oh Gott ey. Hey. Und das wäre jetzt Horror, Alter, wenn die Kamera so kurz wackelt und dann auf einmal steht da ein Kerl vor, immer wie bei Slender ey. Ja, das wäre ja richtig Horror ey. Okay. Ah, ich muss springen. Alles klar. Hi. Nur eine Weg raus, nur eine Weg. Wie wüsstest du, dass du kein Patient bist? Nein. Nein. Ich hab's gesagt. Kein Fettsack, bitte. Und er sieht mich. Endlich gesehen, das war klar. Ich hab's gesagt. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Hm. Ah, ist nix. Komm zu mir, ne? Ja. Oh, er ist nah. Jaaa. Kann ich vielleicht hier durch? Nein. Aua. Ah. Kommt denn der Dicke nicht her? Ah, da hinten. Okay. Ah, da hinten. Also. Ah. 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 Jetzt Hey Ich steh nicht. Ah Mann Mann Und wieder Genau bei dem hängt es irgendwie Ah Hm Wie umgehe ich hier am besten Oh 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 es ist da verdammte scheiße es ist es 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 xD 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 Es gibt's doch nicht! Ja, siehst du? Licht an, dann hängt es wieder an. Ja, siehst du? Ja, ich bin hier. Ich verstecke mich hier. Ich sehe ihn noch. Hahaha. Sehr schön. Ganz langsam. Nicht rennen. Moment. Das ist nicht für euch noch. Wird auch nicht. Okay. Kann ich ihn in Ruhe erkunden. Die Batterie. Ist da oben nicht raus? Ist auch richtig scheiße. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ah, hier. Gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Weg damit. Ah, wir sind hier. Was? Sorg den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Okay. Ja. Okay. Gut, das war es dann auch erstmal für diesen Part. Ich würde nur sagen, danke fürs Zusehen. Haut da rein, euer Hunter. Okay.